Vor mir liegen zwei Bücher. Ich habe sie auf meiner letzten Spanienreise gekauft. Sie waren nicht sehr teuer. Es sind wunderschöne Bücher. Ich kann dir die Lektüre sehr empfehlen. Das erste Buch ist eine Sammlung aller Theaterstücke von Federico García Lorca. Ich habe bereits das erste Theaterstück gelesen. Das zweite Buch ist ein Gedichtband von Pedro Salinas. Ich bin beeindruckt, wie er es schafft, Gefühle in Worte zu fassen. Während ich Texte auf Spanisch lese, stolpere ich oft über Wörter, die ich noch nicht kenne. Diese Wörter schlage ich im Wörterbuch nach. Danach schreibe ich die Übersetzung mit einem Bleistift in das Buch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.